So ein Mini Böllervergleich, Signale 2.0, PS5 Shark und Trueno Blue TB5 und hier, naja, die guten alten, die manchmal nicht gehen wollen hier, weil da brennt die Schnurrbis hier oben rein und dann ist das Feierabend so rum, oh Mensch, meine arme Stimme heute, mein armer Hals. So, machen wir das jetzt nochmal, weil wir müssen keine wieder abbrechen, weil wir dachten, es kam einer, wäre auch nicht so schön geworden. So. Dum bum, dum bum. B. 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 Fisk. B. Fisk. B. B. Fisk. der war nicht so stark wie der tb5 signal mit zwei gramm haben wir definitiv mehr die haben definitiv mehr bums machen wir nochmal so ein die hier die tb5 noch mal sehen ps5 im vergleich naja nicht ganz so stark wie gesagt signalo 2 gramm wie gesagt gut bedanke mich fürs zuschauen lasst mir mal einen kommentar da oder so und immer wieder ein like wäre super für also von euch und bis zum nächsten video mal gucken wo das einmal stattfindet danke euch fürs zugucken und tschüss